Liebe Kunstfreunde und die, die es hoffentlich noch werden und liebe Künstler, wir befinden uns hier in der Henryshütte Hattingen, ein fantastischer Ort für die Kunst. Das hier ist die alte Gebläsehalle und hier findet die 10. Revierkunst statt. 70 Künstler freuen sich darauf, mit ganz viel Revierkunstpower hier ihre eigensinnig kraftvollen neuen Arbeiten zu präsentieren. Einmal im Jahr findet an einem Wochenende an drei Tagen die Revierkunst statt und unterstützt damit die freie Kunstszene hier in unserem Ruhrgebiet. Künstlerinnen und Künstler zahlen keine Teilnahmegebühr und auch keine Verkaufsprovisionen. Die Revierkunst arbeitet nicht gewinnorientiert, aber um das Ganze hier zu finanzieren, brauchen wir natürlich Unterstützung. Und da kommen Sie ins Spiel, beziehungsweise das Crowdfunding. Mit dem Crowdfunding unterstützen Sie dieses Jahr die Organisation der Revierkunst und den Revierkunstpreis. Sie bestimmen über die Höhe des Revierkunstpreises, denn der kann dieses Jahr für die Künstler nicht hoch genug ausfallen. Hier auf dem ehemaligen Hüttenwerk Henryshütte Hattingen sprühten 150 Jahre lang die funkende Hochöfen. Dieser Hochofen ist heute der älteste im Revier. Das Kunstareal ist riesig und mit seinen Hallen ein spektakulärer Ort für die Revierkunst. Besuchen Sie uns vom 10. bis zum 12. September und lassen Sie sich von der Revierkunst Power mitreißen. Und überzeugen Sie sich persönlich darüber, dass Ihre Unterstützung voll ins Schwarze getroffen hat. Glück auf! Bis bald! Ihre Sonja Hänseler Musik 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 Musik